Hi, es ist ein Video für meine Schülerinnen, die Infografiken machen sollen und zwar zu Kafkas das Urteil und ich werde zuerst erklären, was eine Infografik ist und dann auch zeigen, wie man eine macht. Ich benutze dafür dieses Tool hier, das heisst Canva.com, das habe ich auch schon vorgestellt, mit dem man sehr einfach, sehr schöne Infografiken machen kann. Also die Idee ist, sich ein Konto dort zu holen. Es gibt EduKonten, bei denen man kostenlos Dinge erhält, die sonst kostenpflichtig sind. Für das, was man hier machen muss, reicht aber auch ein ganz gewöhnliches, kostenloses Konto bei Canva. Wenn das öffnet, dann sieht man, ich werde jetzt hier willkommen geheissen und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, die mir empfohlen werden und Infografik ist da ganz, ganz vorne. Kann sein, dass man etwas suchen muss, weil ich schon mehr gemacht habe, ist es bei mir vielleicht zu vorderst, aber ich kann hier auch einfach Infografik eingeben und ich werde dann gleich verschiedene, ich erhalte verschiedene Angebote. Ich klicke jetzt erstmal hier drauf, dann sieht man, dass zum Editor geladen wird. Auf der linken Seite habe ich jetzt schon Beispiele, die ich anwählen kann. Also Erzählliteratur gegenüber Sachliteratur. Und jetzt kann ich ein Beispiel nehmen, bei dem ich finde, das passt jetzt irgendwie zu Kafka. Ich nehme mal sowas, weil ich hier Bilder einfügen kann und beginne das zu bearbeiten. Ich kann sie unten ein bisschen grösser machen. Ah, jetzt habe ich es zu gross gemacht, das wollte ich gar nicht. Also so sieht es dann sehr gross aus. Also ich wollte es hier, sagen wir mal 75 Prozent. Dann kann ich hier, schreibe ich mal hin, Franz Kafka, nehme das hier weg, einfach gelöscht, so das Urteil. Und jetzt kann ich hier auf der linken Seite Elemente und Fotos einfügen und ich kann hier unten selber auch, jetzt ist das Bild so ein bisschen im Weg, ich mache mich mal so in die Mitte. Also ich kann hier Dinge uploaden, ja das wäre gar nicht im Weg gewesen, Entschuldigung. Also ich kann jetzt hier Medien hochladen, ich lade jetzt ein paar Dinge von meinem Gerät hoch, die ich schon vorher rausgeschnipselt habe. Und zwar, ja ich mache mich hier wieder rüber, dann sieht man mich gut mal gucken. Also heute habe ich die alle rausgeschnippelt. So, ich öffne sie. Und zwar habe ich die rausgeholt aus den Adaptionen zum Comic. Das ist das Urteil von Moritz Stetter und dann habe ich von Robert Crump, das habe ich auch schon im Unterricht gezeigt, da habe ich auch noch Beispiele. Also ich kehre hier zurück zu das Urteil und jetzt habe ich hier ein Bild, was eigentlich als Titel schon reichen würde. Also nehme ich das, das ist jetzt vom Stetter. So. Füge ich das hier mal ein, nehme Franz Kafka so rüber. Und Sie sehen, das ist dann einfach Drag & Drop, wie wenn das jetzt irgendwie PowerPoint wäre. Dann kann ich hier Text hinfügen und zur Frage, was ich eigentlich zuerst beantworten wollte. Was ist eine Infografik? Eine Infografik ist eine Grafik, also ein File, das man im Netz teilen kann, was wesentliche Informationen zu einem Thema mir kompakt vermittelt. Also Informationen grafisch vermitteln auf einer Seite. Das ist nicht eine Blogseite, das ist nicht eine PowerPoint, sondern es ist einfach ein File, was ich mir so im Netz anschaue und was ich teilen kann. Also jetzt schreibe ich hier mal hin, die Erzählung von Kafka wurde mehrmals als Comic, wurde schon zweimal komplett als Comic adaptiert. Hier ein Einblick in die beiden Versionen. So, jetzt mache ich links die eine, rechts die andere. Also ich füge hier ein neues Bild hinzu, nehme auch das hier so. Versuche das hier drüber zu legen, muss es vielleicht noch etwas grösser machen. So, und nehme jetzt hier den kleinen Text, so. Ja, lasse es mal so und schreibe jetzt hier mal eine Einführung. Also Moritz Stetter hat einen ganzen Band, blablabla. So, jetzt kann ich den Text rüberziehen. Also das braucht ein bisschen Spielerei. Das geht dann weiter so. Ich kann hier oben natürlich auch machen, dass es dann linksbündig ist. Das will ich ja auch so. Ich lasse es mal so. Ich füge hier unten noch ein zweites Bild von Stetter ein. Das hier so, tschak, ist es da drin. Dann kann ich, also hier oben kann ich auch leicht Farben anpassen. Also ich kann, ich sehe, das wird jetzt in Dokumentfarben angezeigt. Ich kann das dann, also Fotofarben, jetzt weiss ich nicht genau, weshalb dieser Upload, weshalb das jetzt nicht farbig geworden ist. Egal, ich gehe jetzt zu Crump. Dann nehme ich dieses Bild vom Schluss und ich nehme dieses Bild vom Vater, der auch dieses Nein sagt. Dann hätte ich die Bilder eingefügt. Die habe ich jetzt ganz selber genommen. Ich könnte auch Bilder von hier nehmen. Also hier gibt es Grafikelemente. Also ich könnte jetzt hier zum Beispiel nach einem Vater suchen. Oder mal auf Deutsch, weiss nicht, ob es Englisch oder... Dann hätte ich hier einen Vater und ein Kind. Vielleicht passt es jetzt zu Kafka nicht so besonders gut. Die Bilder passen hier besser. Und mit Stetter und Crump habe ich Ihnen jetzt auch schon Hinweise gegeben, wo Sie Bilder finden. Wenn Sie da nicht fündig werden im Netz, dann können Sie gerne mit mir Kontakt aufnehmen. Da unten könnte ich jetzt nochmal was hinschreiben als Kommentar. Und das wäre eine Infografik. Also ich mache es jetzt nicht ganz fertig, sondern ich zeige einfach nur, wie man es machen kann. Wenn ich fertig bin, also da gibt es viele Dinge, mit denen ich spielen kann. Typografiefarben habe ich erwähnt. Ich kann das grösser machen. Ich kann es kleiner machen und so weiter. Also das werden Sie alles schnell bemerken. Wie das geht, das erkläre ich nicht im Einzelnen. Und dann können Sie es hier runterladen. Und Sie können wählen, es soll ein PDF werden, es soll JPEG, PNG. Sie können es auch als Video runterladen. Und wenn Sie jetzt in einer Gruppe zusammenarbeiten, das muss man vielleicht auch noch sagen, können Sie hier teilen. Und wenn Sie jetzt diesen Link hier weitergeben, dann kann die nächste Person, wenn die einen Canva-Account hat, kann die an ihrer Infografik weiterarbeiten. Also so wie Google Docs oder wie ein Word-Dokument, was Sie weitergeben. Das war es schon zu dieser kurzen Canva-Einführung. Ich hoffe, es ist klar. Sie verstehen, was eine Infografik ist. Das kann man im Übrigen auch googeln. Also eine Grafik, die Informationen weitergibt. Und wie Sie mit Canva eine machen können. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.